Hallo Ida, wie wird das Wetter morgen? Morgen wird es in Rutesheim bewölkt sein mit Tiefstwerten von 7 Grad und Höchstwerten von 25 Grad Celsius. Hallo Ida, wie steht es aktuell beim Fußball? Die Platzierungen in der Bundesliga sind wie folgt, Bayer 04 Leverkusen ist auf dem ersten Platz mit 73 Punkten, Bayern München ist auf dem zweiten Platz mit 58 Punkten und VfB Stuttgart ist auf dem dritten Platz mit 57 Punkten. 1893, höh, höh, höh. Funktioniert auch gut. Sehr geil. Hallo Ida, mein Popo ist kalt. Der Sitz von links wird gleich wärmer. Bitte warte einen Moment. Hallo Ida, wie weit ist meine Reichweite? Mit dem aktuellen Verbrauch kommst du noch 830 Kilometer weit. Hallo Ida, ich habe Hunger. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste ab. Abbruch. Hallo Ida, Klimatisierung Klimatisierung 21 Grad Ah, oder so. Hallo Ida. Temperatur 21 Grad Alles klar, ich stelle die Temperatur von links auf 21 Grad. Hallo Ida. Meine Füße sind kalt. In Ordnung. Vorn werden die Füße gewärmt. Hallo Ida. Schalte die Assistenzsysteme ein. Auf dem Bildschirm kannst du Einstellungen vornehmen. Funktioniert. Hallo Ida. Fahr mich in die Siemensstraße 9, Walderstadt. Okay, Walderstadt, Siemensstraße 9. Gute Fahrt. Ja, sieht ja cool aus. Ja, auch gut gemacht. Hallo Ida. Navigation abbrechen. Die Zielführung wird gestoppt. Es war bei二, wDR. wDR. WDR.